Kann es mir helfen, eine Schule zu finden? Wo kann ich meine Freizeit verbringen? Kann ich Architektur in Deutschland studieren? Wo kann ich einen Antigrosion-Kurs machen? Wo kann ich eine Wohnung finden? Wo kann ich Automechaniker werden? Wo kann ich neue Vorrunde finden? Wo kann ich Fußball in Köln spielen? JÖTEM DIN DUSTRAG! JÖTEM DIN DUSTRAG!